Sonnentor Wir sind auch hier, um den Menschen zu zeigen, wir meinen es ernst. Es ist nicht wurscht, was sie machen. Uns ist es nicht wurscht. Erstens einmal für sie, damit sie die Arbeit, die sie haben, gut verkaufen können. Und auf der anderen Seite, dass wir unsere Marke und unsere Qualitätslevel behalten können. Es ist immer miteinander. Wenn es uns wurscht wäre, wären wir gar nicht da. Das mit dem Preis zu vergleichen, das ist das, was der Weltmarkt macht, was alle können. Nur das hier ordentlich zu bezahlen, das kann keiner. Und das ist eigentlich das Schöne, dass wir uns mit dieser Nische, mit dieser Besondheit, mit den Menschen, auch in Albanien, damit abheben können vom Markt. Das heißt, der Preis ist nie das Thema. Das ist nicht wurscht. Das ist nicht wurscht. Das ist nicht wurscht. Das ist nicht wurscht. Das ist Lavandula Vera, das ist der echte Lavendo. Das ist nicht wurscht. Das ist nicht wurscht. Musik Ich glaube, es war ganz, ganz wichtig, den Leuten zu zeigen, dass wir stolz auch auf Sie sind. Welche Ressourcen Sie hier haben. Und wenn Sie sehen, wir schätzen das und wir zahlen Sie auf ordentlich, dann bleibt es da. Musik Musik Musik